So, wo müssen wir hin? Folge dem, achso, folge dem Duft. Okay, dann duften wir mal hier rein. Drei, zwei, eins. Nackig! Nee, doch nicht. Tod. Das muss Cecilia sein. Nein, Puls. Wir sind zu late. Er hat ihr Halt verletzt. Der Brut. Hm, er ging nicht aus der Tür. Der Garten hätte bemerkt, er könnte noch irgendwo hier sein. Du musst ihn finden, bevor er einen anderen scharfen wird. Ich werde Oriana alerten. Sie sollte ihn zu einem Klappen bringen. Du solltest nicht gesplitzen. Geh raus, ich werde alles gut sein. Geh nach dem Drog. Ich werde Hilfe holen. Warum hat er sie denn jetzt umgebracht? Äh, Folge der Spur über die Balkone. Kann man sie irgendwie untersuchen noch? Okay. Ich gucke mich hier trotzdem nochmal um. Da unten wird weiter gezaubert. In die hübsche Schatulle gucken wir auch mal rein. Guck mal, goldenes Kätzchen, goldener Teller. Wir brauchen Geld, Freunde. Äh, oh, da ist er. Okay, er ist kräftig und das sind Krallenspuren. Oder auch nicht. Okay, gut. Also hier ist er lang. Da unten liegt auch noch was. Okay. Also doch etwas tollbatschig. Wo ist denn hier eine... Ach, da. Komm, rauf da. Warum hat er sie umgebracht? Okay, da ist irgendwas. Hätte mich jetzt fast an den Spiegelmeister erinnert. Aber gut. Ähm, Blumentabak, Pfeife, Kästchen. Das brauchen wir nicht. Okay. Jetzt geht's weiter hier. Was ist das? Wer? Aber was wollte er? Der war doch kein einfacher Dieb. Ich hör da was. Ah, hier ist er wieder raus. Sieht wertvoll. Aber das ist nicht, was er für kam. Doch, doch, doch. Ich nehme das mit. So ist er es nicht. Ein verbruchtes Inkwell. Er hat übergebracht und umgekehrt die Räume. In den Raum. Das heißt, er ist da rausgekommen? Was ist das? Der Kampus ist geschlossen. Niemand hat ein Knopf in das Schild. Das sieht so aus. Was sind das für tonnenweiße Spuren hier, Freunde? Also für mich sieht das aus, als wäre da einer reingestürmt gekommen, hätte dabei das Tintenfass umgeworfen. Dann gab es einen Kampf. Und dann ist da jemand raus. Also ich würde sagen, wir müssen hier hin. Aber ich kann ja jetzt hier wohl kaum rausspringen. Haben wir noch irgendwas übersehen? Okay, habe ich jetzt herausgefunden, was passiert ist. Oh, das ist ein Kind. Ich bin ja hier auf. Ich weiß nicht. Ich bin ja hier. so this is the tracker a witcher yes indeed this is him we found the body together then he set off in pursuit of the killer and ended up here but I've only found evidence of a fight seems the centrians killed his last finally failed this time shame it happened too late for Cecilia poor girl always told her she chose her males badly but I would never have suspected she could arrive with a murderer I'll let the staff have them see to her body at once meanwhile we should sit I will tell you everything in full detail hmmm aber das ist zu leicht er ist doch jetzt nicht einfach tot oder er war wirklich nur ein Mittelsmann I called him red-handed attempting to burgle rifling through my possessions what did you do summon the guards there was no time I feared he'd escape refused to give him the chance he stood with his back to me so I attacked he struck his head on a picture frame as we struggled he was bleeding days and then he drew a knife everything happened very quickly then I knocked the weapon out of his hand and pushed him hard he fell out of the window just so that's stimmt doch was nicht oder ist sind alle edelfrauen hier so kampfgewandt oh da hat sie nun auch wieder recht ne claim the man was trying to rob you when you walked into the room yes he stood over my dressing table pouring through my jewelry after this is my guess picked it up while searching why that's the heart of tussan oriana how did you ever come to have it I bought it many years ago from a young woman tja was hat dieses juwel mit der ganzen geschichte hier zu tun juwel seems important why the heart is an heirloom it belonged to my family for years then it disappeared I didn't think we would ever recover it seems someone is very determined to find it the thief left his tool bag behind found this drawing inside the heart of tussan representations pretty faithful century and must have been on a job got very clear instructions what to look for so so it is not him we seek but his employer is this the only evidence we found also happened on the weapon he attacked oriana with hunting knife used to skin game got an emblem on its hilt this crest is used by the lords of duntime the present master of the castle is a passionate hunter our next lead perhaps duntime remember the place abandoned ruin just a few years ago more recently the family's last heir roderick returned to his ancestral seat and restored the castle know any more about this roderick his grandfather was an advisor to queen adamarta the family received those lands as a grant for his service roderick is quite the recluse he avoids society preferring the company of a small team of knights though the latter term is imprecise as they seem more akin to vandals with crests on their shields das das nimmt immer krudere züge an jetzt führt das zu so einer bande von raubrittern so nenne nicht so mal oriana everything we discussed here hope you'll keep it to yourself counting on it in fact word gets out he failed in his attempt to steal the jewel his employer could run we need to proceed cautiously discretion is in the interest of us all i'll not ask what this is about just as i expect not to be troubled about it again by anyone forgive me madame oriana but my might i have a word you must excuse me a moment hmmm etwas zwielichtig die oriana aber naja oriana any thoughts few make me feel awkward but in her presence i sense anxiety discomfort the drawing it's on the same type of paper the victim's names were written on drawn with the same ink too seems the work of our blackmailers who were not only behind the beast's murders but also stole the son real and sought to steal the heart of toussaint look the wine the jewel both tied to you intrinsically coincidence not something i'm willing to believe worried about one thing that somewhere at the end of this scheme plan might call for an attempt on your life it could be something else altogether my sister siana might be among the schemers she left court when we were children my parents banished her from the duchy i've not seen her since aha jetzt kommen ja so ein paar sachen ich hab schon überlegt was die ganze sache irgendwie miteinander in verbindung bringt weil der wein und dann die und dann jetzt dieses juwel okay vielleicht ein riesiges komplott in ihre richtung von ihrer schwester wie sie gerade sagte by the curse of the black sun no she was Sie können auch sein, dass sie auf der falschen Fall sind. Kann sein. Kann sein. Kann sein. Kann sein. Kann sein. Weil sie wie lepers sind. Isolated. Proddet. Ostracized. Couldn't have had it easy, Sienna. Sie... Sie war angry at the whole world. Sie fühlt inferior, fühlt pain. Though sie maskte das mit confidence, arrogance even. Sie könnte auch cruel sein, at times. I recall one such situation. Sie persuaded Cedric de Kulbert that she could see the future in her dreams. We were children, and Cedric's brother was smitten with me. It was an innocent childhood crush. Sienna knew of it. She told Cedric of a dream she had had. That he would die at the hands of his own brother. Cedric stole his father's sword and killed his brother. She destroyed two lives with a prank. Cedric mourns to this day. In the end they forced her to leave the palace. A decade passed. More. I've missed her terribly since. We're looking for Morgan Le Fay. No, it's... Ihre Schwester... War Morgan Le Fay nicht die Schwester von Merlin? Hm. Ah, hat er mich so'n bisschen dran erinnert. Hm. I think your sister might be involved. Why? You see... I recall her always being rather... Possessive. Throwing jealous fits if I had something she didn't. Here that's normal for sisters. Rivalry. True. I suppose I gave as good as I got. There are times I miss that very much. The wine... Its theft was the first clue. That's very much like her. She always did enjoy stealing my toys. But I grew almost certain when I saw the heart of Toussaint. Sianna received it from father as a gift. At a time when my parents thought of her as but an ill-behaved little girl. Someone wanted some of my wine. The same someone ordered our family jewels stolen. Or recovered. It's my sister. It must be. A fallen princess satisfying whims, going after lost luxuries? Hmm. Could be right. Your mission has gained new import. You must go to Duntime. And if Sianna is there, you must find her. No matter what she did, she is not to be harmed in any way shape or form. You must make sure of that. Yeah. Und wenn sie versucht, mir ans Leben zu gehen... Naja. Ah. Hm. 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 Ich bin der Stinkstiefel. Ich kann nichts versprechen. Can't guarantee her safety, unfortunately. Especially if she's one of those responsible for these crimes. Witcher. That was not a request. Your Grace. Geralt. I'd like to introduce... Regis! What a surprise! I had no idea you were in Beauclair. And this is... Uh, my very dear friend, Detlaf van der Eretain. An arrival from Nazaire. We are lending our combined resources to the witch's hunt. Ah, yes. Splendid. But why are you here at Orianna's? They came to pay me a surprise visit. So, I invited Regis in for a glass of wine. We've known each other for... Uh... Literally. Witcher. I hear you know Regis too. Even that you are friends. Dreslaff und der Hexer wissen alles. Und die anderen... Die stehen etwas dümmlich drum herum. Wobei ich mich frage. Die Orianna, die scheint auch mehr zu wissen. Sie hat gesagt, sie kennen sich seit Urzeiten. Also seit Ages. Seit Zeitaltern. Vielleicht ist sie auch ein Vampir. Ähm, okay. Genug der Überlegung. Äh, du kennst Regis und seid sogar Freunde. Das stimmt. If you I can rely on like I can on Regis. Und ich hoffe, er denkt das gleiche von mir. Curious. Es scheint, die Opposites wirklich anbelangt. Gehrault hat viele Meritungen. Er schützt sie von der Welt, sehr diligently. Du sagst, ihr beide unterstützt ihn mit seinem Kontrakt. Es betrifft die Beast von Beauclair, ich glaube. Master Witcher, vielleicht könnte du meine Frage beantworten. Was ist es, wenn du mit einem Monster gehst, zu wissen, dass du nur zwei Optionen hast, zu töten oder zu töten? Despite was du vielleicht hörst, ich nicht linge an alle Monster, ich sehe, so in Hand. Sprechen wird die Arbeit gemacht, für einige. Hm. Ich wundere, was ein Monster könnte sagen, dir? Es könnte sich um Entschuldigung sagen. Meine Worte. Was könnte ein Monster wünschen, um Entschuldigung zu Entschuldigung? Für ein Killing. Eine krasse Unterhaltung. Das ist kein Entschuldigung. Es gibt immer eine andere Lösung. Seeking Hilfe, für instance. Diese anderen Lösungen oft kommen zu lange. Du bist gut aware, es gibt Menschen und Witches, die haben schlecht gemacht, in defense von ihren Lieben. Am ich richtig, Gehrault? Wenn ich Sie richtig verstehen, würde ich lieber helfen, ein Monster, als zu töten es. Wenn möglich, ja. Ja, oder at least try. Enough about the Witcher trade for now. Regis mentioned you come from Nazare. I spent time there as a child. Fond memories? It was wonderful. I was positively entranced by the land's fashions. Deep-cut dresses I found most fascinating. I believe we're running short on wine. I should go to the cellar, bring another bottle. Let me go. Will I help Regis? Know your wine a lot better than I know mine. We shall return forthwith. Ich hab den Eindruck, die Herzogin ist die Einzige, die hier gerade nicht weiß, was abgeht. Hehehe. An exceptional conversation, don't you think? Vampires? A Witcher? And the Duchess of Toussaint? My, my. Highly exceptional, Regis. Wanted to talk to you in private. You crazy bringing Detlaff here? Geralt, allow me to explain. No, let me explain. He's dangerous, and you are gonna watch him. But that is precisely what I'm doing. Detlaff believes you'll succeed in your task, and he'll not need to kill anymore. That is not until he gets his hands on the men, who kidnapped his Renner. Okay. Also Detlaff ist erstmal an der Leine. Ich wette, Orianna ist auch ein Vampir. Orianna? We've seen one another in, uh, oh, I can't begin to tell you in how long. But I shall tell you all about her some other day. Guessing it's no accident you two stopped by. It would be quite some coincidence indeed. No, a dutiful little bird told us. Mm-hmm. Now listen close. Managed to learn where the blackmailers are. They're based at Duntine Castle. That's splendid news. If they are there, Renner must be there as well. Duchess expects we'll find her long-lost sister there too. Thing is, she might be involved. Could be behind the blackmailing. Do you mean to say your task now is to extract two women from the castle? Mean to say we can't read a word of this to Detlaff, who wants revenge above all else. Geralt, you must trust me. I've got a way with... No, Regis. Can't risk it. Gotta keep Detlaff here while I go to Duntine. Alone? Alone. That way I can make sure neither woman will come to any harm. I hope you know what you're doing. Fine. I shall see to Detlaff. Good luck, my friend. Splendidly, Detlaff. Ah, I'm grateful you brought back those memories. You're back. It took you long enough. Contrary to what common folk believe, choosing a wine is not nearly as easy as it might seem. Especially a wine to be served to two exquisite ladies. Regis. Gallant as ever. I regret all the more that I shan't finish this second bottle with you. Duty calls. Your grace. Always a pleasure. I thank you for your help. It's been invaluable. Geralt, will you see me out? Eine wunderbare Konstellation, muss ich sagen. Hat mir richtig gut gefallen. Ich könnte ihr die Wahrheit sagen, aber schade. Ich hätte gerne gewusst, wie sie reagiert. Ja, so kann man es sagen. Ich hätte gerne gewusst, wie sie reagieren. Ich hätte gerne gewusst, wie sie reagieren. Aber ich habe nicht gewusst, wie sie aus für eine Romantische Strollen. Ich wünsche mir sicher, dass du wissen, was du machen. Ja, ich habe gewusst, dass du zu tun hast. Ich habe gewusst, dass meine guardsmen will support dich. Du will meet them at Countell across Mill. Es stand along the Saan Retour River, near the Cockatrice Inn. Captain de la Tour und his men will await you there at midnight. Jetzt sollen wir das Schloss auch noch stürmen. Na, das klingt ja interessant. Ich bei einer Schlossbelagerung. So, na, das war ja mal wirklich ein interessanter Besuch hier. Freunde, wie es weitergeht. Ich weiß noch gar nicht, ob wir uns jetzt direkt dahin begeben. Ich glaube eher nicht, weil ich würde gerne noch ein paar andere Sachen unterwegs machen. Wir haben ja noch einiges zu tun. Vor allem steigen wir jetzt gerade mal auf Stufe 48. Ja, und wie gesagt, mal gucken, was wir als nächstes machen. Auf jeden Fall geht es weiter beim nächsten Mal. Hier ist erstmal Aufnahmestopp. Euer Mr. Fleck aus The Witcher 3. Tschüssi!